Wenn Sie nicht zu Ende sind, dann bist du dann dabei. Bleib so, nicht so weit rauflegen. Nicht so weit rauflegen, Peter. Nur die Brust. Halten fest. Nicht raushassen. Hol den Arm zurück. Und den Kopf. Den Kopf und den Arm. Halb Nelson. Halb Nelson, Peter. Halb Nelson. Halb Nelson. Halb Nelson. Pass auf deine Beine auf, ja. Du musst wieder ankippen. Komm, steig über. Hohl, steig, wecker, steig. Halb Nelson, Peter. 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 Halb Nelson. Hallo, Peter. Halb Nelson, ich bin nicht gekommen. Nein, aber eine ist ja nicht schwer, weißt du. Nein, nein, nein. Da hat man alles vergessen. Aufpassen, aufpassen, Peter. Jonas, zurück. Zurück! Hier rückwärts gehen, Peter! Feinsteller, Peter, Feinsteller! Ja! Na sehr, sehr, weiter! Und ich werde zeigen! Die Stimme! 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 Jetzt brauchen wir ihn erwähnen! Jetzt ist der Kampf zu Ende! Du kannst den oben unterwähnen! Der nächste Kampf auf Mitte 1! Muss ich Gachaille, VfL Tegel gegen den Traunow, weiß! Wer ist auf der Seite gekommen? Die Stimme! Was kann Sie da hinten rein? Da kannst du auch noch mal gucken! Jugendbrim 23,4! Bring jetzt auf Formate 3! Das sind dann die sogenannten Gegenden. Warte! 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 Wir kommen hinterher! Wir kommen hinterher! Wir kommen hinterher! Komm! Ich gehe mal gucken! Wir gehen mal gucken! Wir gehen mal zu Leeren!